ARD Text im Auftrag von Funk Was für'n Ding kommt? Wow! Shit! Ich bin ein Verkassler! Ich kann alles leben! Roger! Ich befehle Ihnen zu erschienen, um Ihre Verstrafung zu erhalten! Wow! Was ist das verding? Vorsicht! Verstecken Sie sich vor Ihnen, Cowboy! Ach was! Boah, was wer ком? Trusche! Das ist ein großes Ding, würde ich sagen. Boah, was ist das für ein Viech? Also ich frage mich gerade, wie ich den kaputt kriege. Sehr gute Frage, wie ich den kaputt kriege. Oh, 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 oh. Alter. Ins Auge. Das heißt... Oh, ey. Schau, die Dröhnung, ey. Übelst du. Ich glaube, ich habe zur Zeit Soundprobleme. Was soll ich jetzt machen? Wow. 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 Okay, ich denke mal, ich muss... Ich muss dem Auge treffen. Oh. Shit. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Also irgendwie ist die Stimme gerade ein bisschen komisch, glaube ich. Aber tut mir leid, also wenn das Spiel gerade ein bisschen Probleme macht mit dem Sound oder so, tut mir echt leid, aber irgendwie... Irgendwie durch den Balken da, wo ich vorhin gehabt habe, ist das ein bisschen komisch. Vielleicht werde ich nach der Aufnahme immer schnell das Spiel neu starten, vielleicht legt sich das Ganze dann mal wieder. Aber vorher will ich das Vieh hier noch, wenn es möglich ist, töten. Also das da unten habe ich jetzt das erste Mal kaputt gemacht. Da kann ich mal wieder aufladen. Da unten ist immer noch so ein Shitstorm. Alter, das Vieh ist echt heftig. So. Ja, weißt du, was mich das interessiert, ob Staatseigentum kaputt macht? Das ist mir wurscht. Guter Schutz, Cowboy! Ja! Eieieieieieieiei! Guter Zeitdank, trifft das scheiß Ding nicht... Boah. Oder würde ich auch sagen, ich habe noch genug Wüstung. Ja. Große Explosion. Je mehr ich die großen Waffen kaputt mache, umso leichter wird es, glaube ich. Alles für dich ist sehr heftig. Nee, voll drin. Oh, mal warf es, kommt leer. Schnelle erste Hilfe mitnehmen, klaro, und komm her. Immer was du sagst. So, jetzt bist du blind. Alter, wo oben? Ah, nee, da oben. Da hat er noch einer. Okay, kaputt, man. Hör Sie zu, wenn Sie direkt unter das Auge von London gelangen, können Sie auf den Antrieb schießen. Okay. Ich hoffe, da hat jetzt keine Geschütze mehr da unten, weil die nerven echt. So, waldig. Ah, weg hier. Ah, Sauhund. Sie haben den Antrieb. Sie müssen direkt unter ihm sein und hoch sehen. Sag mal, wie viele Kanonen hat er da unten noch? Ich glaube, ich habe doch jetzt alle kaputt gemacht. Kommen die immer wieder neu, oder was? Ich habe es doch versucht. Alter, das geht mir richtig auf den Sack. Ach. Ich bin einfach nicht auf den Wallen. Ich habe schon mal ein paar Leute zuい. Komm, ist schon richtig heftig, ey. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ich muss, glaube ich, erst das Auge hier treffen. Ah, Mann. Komm, gib mir ein Auge rauf. Ja, jetzt sauge ich ihn genau da, wo ich mich nicht treibe. Jetzt. Lauf, 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 lauf. Der repariert die Dinger wieder. Oh, Mann. Boah, ey. Erst mal ein bisschen heilen, ey. Das gibt's doch gar nicht, ey. Das Ding rächt mich hier auf, ey. Lauf, lauf, lauf. Ich weiß auch nicht, wie oft sich das Ding jetzt da treffen muss, weil... ...schon ein bisschen krass. Ich bin tot. Ich back's ja nicht, ey. Volltreffer. Oh, das ist richtig gemein, Leute. Das ist richtig gemein, ey. Ich kam auch nicht mehr weg. Oh, ärgerlich. Echt ärgerlich. Also gut, dann eben noch ein Versuch. Ups, das war jetzt... Ich hab doch eh gedrückt. Okay, das Ganze halt nochmal. Ich befehle Ihnen zu erscheinen, um Ihre Bestrafung zu erhalten. Ja, du mich auch. Ja, das ist ganz schön fies, das Ding. Vorsicht! Verstecken Sie sich vor ihm, Cowboy! Komm, schieß auf mich. Das Ding auf, ey. So. Jetzt verstecke ich mich mal schnell wieder. Das Lauf des Frick, was in dem Moment. Jetzt sind da mehr. Komm, dreh dich um, du Sau. Dreh dich um. Komm, dreh dich um. Ich zähle nicht, das ist voll. Ah! Ah! Ja, mach ich doch grad. Das Problem ist, der muss sich nur in meine Richtung drehen. Jetzt haben wir. Mach die Dinger auf. Mal erste Hilfe. Aber das Schlimmste kommt ja erst noch. Rüstung ist immer gut. Komm her. Mach auf. Ja, da kannst du nix mehr machen, gell? Sie werden gefunden und bestraft, ja. Ah. So, jetzt mach die Dinger auf. Ja, groß Explosion. Tengt die Spiel. Wow. Ah. Der nervt. Der nervt echt. Gewaltig, dieser Roboter da. Oh, komm, dreh dich um. Jetzt ist das letzte Ding. Mach auf. So. Jetzt ist Ruhe im Schacht. Erste Mal. So, jetzt muss ich nur schauen, dass ich... Das ist blöd. Da läuft immer anders rum. Hören Sie zu. Wenn Sie direkt unter das Auge von London gelangen, können Sie auf den Randlieb schicken? Ja, würde ich gern machen. Aber das Problem ist, der tut ja immer das ganze... Das ganze Scheiß da immer reparieren. Komm schon, mach auf. So, jetzt vielleicht. Ich versuch's, ja. Ich versuch's, ja. Nein. Ja, ich... Rat mal, dass ich die ganze Zeit versuch hier. Der mag mich aber nicht. So, komm. Einmal getroffen. Weiter geht's. Boah. Aufladen die Waffe. Da muss man Geduld und Ruhe bewahren. Er hat sich selbst getroffen. Auch nicht schlecht. Noch aufpassen, dass er mich nicht zerquetscht oder so. Jetzt vielleicht. Lauf, 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 lauf. Nein. Ja! Auge von London. Ist er jetzt hier? Oder nicht? Boah. Boah, weg hier. Kapitän Blazkowitsch. Ich weiß viel über Sie. Wir haben denselben Namen. Sie und ich. Wilhelm. William. In Amerika nennt man mich Death Head. Gefällt mir nicht. Ich bin ein glücklicher Mann. Schauen Sie her. Es klingt so negativ. Sagen Sie es richtig. Einmal. Sagen Sie es korrekt. Tutenkopf. Kapitän, bei uns sieht es übel aus. Überraschungsangriff. Konnten Sie nicht abwehren. Alle sind weg. Ich hab das tragbare Funkgerät. Sie sind hier drin. Jetzt in den Wagen. Wir müssen fahren. Wir stecken ordentlich in der Scheiße, Johnny Cowboy. Okay. Offenbar. Ich komme noch rechtzeitig nach Hause. Berlin. Bitte komm, Berlin. Wie ist Ihr Status? Die Blübel auskennen. Halten noch durch, aber nicht mehr lange. Totenkopf Leute sind überall. Ihre alte Freundin Frau Engel befähligt den Angriff. Totenkopf muss sie für ihre Taten im Lager befördert haben. Caroline und ich. Wir verstecken uns im Hubschrauberhangar. Seht sie hier fest. Vollständig umzingelt. Hier geht's drunter und drüber. Habt die anderen verloren? Sind entweder tot oder verstecken sich? Sie werden uns alle finden. Ist nur eine Frage der Zeit. Ich wünschte, du hättest ein Esquiet, der im Abendrot sehen können. Was will ich dir zeigen? Oh, schlubbe da einen Balken. Was ist das so klärlich bei dir? Wir sollten hier vielleicht verschwinden oder so. Was ist das so klärlich bei dir? Vielen Dank.